Dies ist eine Zeit des Erwachens. Eine Zeit, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und das männliche und weibliche Prinzip gleichsam wertzuschätzen. Herzlich Willkommen beim Podcast Gesetze der Fülle. Wir sind Sophie und Hendrik und wir unterstützen dich auf deinem Weg zu Selbsterkenntnis, Herzöffnung, Fülle und Vertrauen ins Leben. Es ist so schön, dass du hier bist. Hallo und ganz herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Gesetze der Fülle. Heute beehre ich euch mal ganz alleine, denn ich möchte heute über mein absolutes Lieblingsthema sprechen und zwar über das Thema Ying und Yang, männliche und weibliche Energien. Und ich möchte zuallererst gerne mal in die ganze Thematik mit meiner eigenen Geschichte einsteigen, weil ich das nämlich auch immer ganz interessant finde, wie sich im Leben so die Dinge fügen, wie es so zu bestimmten Themen kommt, mit denen man sich dann vielleicht auch ein bisschen intensiver beschäftigt. Und ja, diejenigen von euch, die das Thema männliche und weibliche Energien kennen oder sich damit vielleicht schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, die wissen, dass das quasi das Ying und Yang ist. Also das Ying und Yang-Symbol, das habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwie gesehen, der, ich sag jetzt einfach mal, Kreis mit dem weißen und dem schwarzen Bereich, wo jeweils ein weißer und ein schwarzer Punkt drin ist. Ich kann hier leider bei Podcasts das schlecht verbildlichen, aber ich gebe mein Bestes. Genau. Und dieses Thema, und das ist ganz witzig auch zu erzählen, weil ich habe im Dezember 2022 beziehungsweise im Januar 2023 auf mein Vision Board dieses Ying und Yang-Symbol geklebt. Wer schon mal ein Vision Board erstellt hat, der weiß auch, man sucht nicht nur vielleicht Dinge raus, die man gerne erreichen möchte durch die Visualisierung, sondern auch Dinge, die einen in dem Moment ein bisschen inspirieren und wo man gerade so das Gefühl hat, ja, das schneide ich jetzt mal auf und klebe das auf mein Vision Board. Und so war das bei mir mit dem Ying und Yang-Symbol. Und es ist so krass, weil das Jahr 2023 stand für mich unter dem Stern des Ying und Yang. Also mein komplettes Business hat sich letztes Jahr zu diesem Thema ausgerichtet und ich habe selbst natürlich auch meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema verletzte männliche und verletzte weibliche Energie machen dürfen. Der ein oder andere, der mir bei Instagram vielleicht auch schon länger folgt, der weiß, dass ich im letzten Jahr mein komplettes Online-Business im Coaching-Bereich aufgebaut habe. Und ich habe vor allem, als ich letztes Jahr im Januar gestartet bin, mit einem Online-Kurs zu dem ganzen Thema, habe ich wirklich von Januar bis April, Mai sowas von durchgehasselt. Ich habe so viel gearbeitet, in kurzer Zeit natürlich auch viel umgesetzt und geschafft von dem, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Aber ich war einfach so krass am Arbeiten, am ganz wenig nur Pause machen und ich war so erschöpft. Also wirklich, ich weiß noch, kurz bevor wir nach Mallorca dann irgendwann mal geflogen sind, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich mir mal eine einwöchige Auszeit nehme. Aber ich weiß noch kurz davor, ich war so kaputt und so ausgelaugt von allem, weil einfach die Monate davor super, super anstrengend waren. Und ein paar Wochen später ist mir dann bewusst geworden, Boah, Sophie, so viel Spaß, wie dir das auch macht, aber du hast dir selbst so einen Druck auferlegt, dass du eigentlich gar keine Freude mehr an dem hast oder hattest, was du hier die ganze Zeit machst. Und ich habe mich dann immer mehr mit dem Thema männliche und weibliche Energien beschäftigt und habe festgestellt, dass ich, wie man das jetzt vielleicht sich sowieso schon denken kann, einfach null in meinen weiblichen Energien war. Und um euch da mal ganz kurz abzuholen, was männliche und was weibliche Energien sind, also im Yin und Yang-Symbol habt ihr ja einmal das Yang, den Yang-Bereich, das ist der weiße Bereich mit dem schwarzen Punkt. Yang steht für die männlichen Energien. Yang bedeutet Struktur, Ordnung, Helligkeit gleichzeitig auch. Es bedeutet umzusetzen, in die Tatenkraft zu kommen, in den Schöpfermodus zu kommen, anzupacken. Es ist mehr so das Verstandes geprägtere Handeln als bei den weiblichen Energien. Das ist das Yin, also das ist der schwarze Bereich im Symbol mit dem weißen Punkt. Das weibliche Yin ist geprägt von Hingabe, von Leichtigkeit, von Loslassen, Fallenlassen, von Kreativität, Intuition, steht für Dunkelheit, steht für Emotionen und Gefühle. Also alles, was das Weibliche so ausmacht. Und wir alle tragen beide Energien in uns. Allerdings hat natürlich jeder, also beide Energien sollten jetzt nicht 50-50 bei jedem vorhanden sein, weil dann natürlich auch die, ich sag jetzt mal, charakteristischen Merkmale von Mann und Frau irgendwo ein bisschen verloren gehen. Männer haben ein bisschen mehr männliche Energien in sich als weibliche und bei Frauen ist es genau andersrum. Die tragen mehr weibliche Energien als männliche Energien in sich. In unserer heutigen Gesellschaft ist es allerdings so, dass eine, wie soll ich das sagen, ein extrem großer Anteil an männlichen Energien in uns allen steckt. Das bedeutet, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir so krass unter Leistungsdruck stehen, so krass unter dem Machen, Schaffen, Arbeiten, Tun, Hustle-Modus. Und das ist natürlich nicht zuletzt der ganzen Schnelllebigkeit in unserer Gesellschaft geschuldet. Also wir leben heutzutage in einer Welt, wo alles ganz schnell gehen muss, wo die Aufmerksamkeitsspanne super, super gering ist. Also das sieht man ja schon an Social Media, wie wenig Aufmerksamkeit oder Konzentration wir zum Teil auch haben auf bestimmte Beiträge, die wir dann sehen, die wir mal schnell liken und dann aber überspringen und uns eigentlich gar nicht wirklich durchlesen, was der Mensch da mit diesem Beitrag sagen möchte. Und ja, ich bin auf jeden Fall auf dieses Thema aufmerksam geworden und habe mich dann, wie gesagt, intensiver damit beschäftigt. Und habe wirklich festgestellt, boah, ich war zu krass in meinen männlichen Energien und habe dann im Sommer letzten Jahres das komplette Gegenteil gelebt. Nicht, dass ich nicht trotzdem auch Dinge umgesetzt habe, aber ich habe wieder erkannt, wie schön es doch ist, vor allem meine weiblichen Energien zu integrieren. Und es kann sein, dass ich in dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr Bezug auf das Thema Weiblichkeit Leben nehme, einfach weil ich bin selbst eine Frau. Und dieses Thema Weiblichkeit Leben, also die eigene weibliche Urkraft wieder komplett zu entdecken und zu leben, ist mein absolutes Lieblingsthema geworden, weil ich mich so, so krass damit identifizieren kann und selber für mich, wie gesagt, in den letzten Monaten ganz viel auch herausgefunden habe, ganz viel für mich dazugelernt habe. Und ja, so bin ich dann letztes Jahr dazu gekommen, eben auch einen Online-Kurs zu entwickeln, Balanced Your Way heißt der, wo es wirklich darum geht, dass primär Frauen es wieder schaffen, in die Heilung ihrer beiden Energien zu kommen. Das bedeutet, sich wirklich einen Alltag zu gestalten, wo sie eben nicht die ganze Zeit im Hustle-Modus sind und unter Druck stehen und das Gefühl haben, ich muss irgendwie alles unter einen Hut kriegen, Mama sein, Job, Gesundheit, Partnerschaft, Familie etc. Was natürlich irgendwo auch eine Rolle spielt im Leben. Wir wollen natürlich auch alle Aspekte des Lebens irgendwo integrieren. Aber wenn sich genau diese Aspekte oder ich sage mal so die Lebensbereiche, die einem wichtig sind, zu Druck entwickeln, dass wir uns im Außen- oder Druckgesetz fühlen, weil uns vielleicht ständig Termine vorgegeben werden oder weil wir es immer anderen recht machen wollen, keine Grenzen ziehen können, wir nicht Nein sagen können, dann entwickelt es sich natürlich in verletzte Energien. Und meine große, große Vision ist es, und deswegen startet ab nächste Woche Montag am 26.02. meine Goddess Week, das ist eine Telegram-Reise, wo wir uns genau diese verletzten Anteile anschauen, wo wir darüber sprechen, wo jede einzelne Teilnehmerin vielleicht in ihren verletzten, männlichen und weiblichen Energien gerade handelt, wo wir uns unser Sein anschauen, überhaupt erstmal herausfinden, was ist mir denn wichtig und auch nochmal darauf Bezug nehmen. Wir, wie gesagt, wollen natürlich auch alle Lebensbereiche irgendwo integrieren, aber sich mal genau anzuschauen, wo lebe ich denn wirklich meine wahre Essenz, wo möchte ich vielleicht einfach nur für andere da sein und mache es anderen recht, ohne aber dabei wirklich auf mich zu schauen. Und was fühlt sich vielleicht eher nach Zwang an, anstatt nach purer Erfüllung. Also sich wirklich mal ins Bewusstsein zu rücken, was will ich im Leben, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, was sind meine Visionen und wie kann ich diese Visionen auch umsetzen. Und vor allem darum soll es eben in der Telegram-Woche gehen, dass wir uns dem Thema Herzöffnung widmen, weil das ein riesengroßes Thema ist. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich das jetzt hier nicht zu groß ausschweife, aber Herzöffnung bedeutet, dass wir die Mauern um unser Herz, die wir uns im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben, sprengen. Und es geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es gibt viele Tools und Techniken, wie wir dem entgegenwirken können. Und genauso wollen wir aber natürlich uns auch Glaubenssätzen widmen, die wir errichtet, oder errichtet ist irgendwie ein blödes Wort, die wir für uns tief in unserem Unterbewusstsein verankert haben, obwohl sie uns eigentlich gar nicht mehr entsprechen oder derer wir uns erstmal gar nicht bewusst sind. Weil vor allem verletzte männliche Energien wie gesagt, das ist meistens der Hustle-Modus. Und oftmals herrscht bei uns der Glaubenssatz, nur wenn ich viel leiste und wenn ich viel arbeite, bin ich wertvoll. Bin ich wertvoll für mich selbst, aber auch für die Gesellschaft und für meine Familie. Und allein solche Glaubenssätze, wenn man die sich mal ins Bewusstsein rückt, schon allein das, bringt so viel, um in die Heilung zu kommen. Und wir werden uns entsprechend am Ende dieser Telegram-Woche in einer zweistündigen Masterclass nochmal sehen, die alle Grenzen sprengen wird. Es wird, ja, ich bin ja ein großer Fan davon, mit Energiearbeit zu arbeiten und mit, ja, einem sehr intuitionsgeführten Sein unterwegs zu sein. Ich habe jetzt gerade hier viele Wortdopplungen genutzt. Und entsprechend werden wir in dieser Masterclass uns wirklich mit unserer inneren Göttin verbinden. Weil das ist wirklich meine große Vision, dass wir Frauen, ja, einfach wieder in die Heilung kommen. Natürlich auch die Männer, aber wie gesagt, ich bin selbst eine Frau und kann da am besten aus Erfahrung sprechen. Und ich möchte einfach, dass dieser Mehrwert der urweiblichen Kraft wirklich von jeder Frau gesehen wird und auch gelebt werden kann. Es ist natürlich nicht für jeden leicht, da auch in die Heilung zu kommen beziehungsweise gewisse Dinge, zum Beispiel nach dem Zyklus zu leben, ist natürlich nicht immer möglich, leider, in unserer heutigen Gesellschaft. Aber zumindest ein Stück weit das zu integrieren und ein gewisses Bewusstsein für sich selbst und für die eigenen Bedürfnisse zu erlangen, finde ich unglaublich wichtig. Weil erst wenn wir uns selbst auch genug sind, können wir es wirklich auch schaffen, unsere innere Göttin hervorzuholen und unsere innere Kriegerin und für unsere Visionen und unsere Lebensträume mit Selbstbewusstsein losgehen. Und ja, das ist die große Mission, die ich mit der Goddess Week habe, die wie gesagt am 26. startet und bis 3. März geht. Du kannst dich gerne jederzeit anmelden. Aktuell sind es 22 Euro als Energieausgleich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, jetzt wollen wir gerne mal noch ein bisschen mehr in die Thematik verletzte männliche und weibliche Energien eintauchen. Also, was sind verletzte männliche und weibliche Energien? Ich möchte das an dieser Stelle eigentlich gar nicht so ganz klar trennen, weil ich finde, das geht eigentlich immer Hand in Hand. Weil, wie ich schon gesagt habe, wir alle tragen ja beide Energien in uns und beide Energien sind auch immer da und sind wichtig und sind unabdingbar. Das sieht man ja schon am Ying und Yang-Symbol, dass die beiden Komponenten zusammen einen wunderschönen Kreis bilden. Und deswegen würde ich einfach mal so ein paar Begriffe raushauen, wie du vielleicht auch erkennst, ob du dich in deiner verletzten männlichen oder verletzten weiblichen Energie befindest. Und ich kann dazu sagen, schon mal, bei dem einen ist es vielleicht ein bisschen mehr ausgeprägt, auch durch bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit und Erlebnisse. Bei dem anderen ist es vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt, aber ich würde fast behaupten, dass jeder von uns noch verletzte Anteile in sich trägt. Und diese Anteile natürlich auch immer mal wieder hochkommen, vor allem, wenn wir mit Herausforderungen, mit diversen Konflikten, vielleicht auch mit anderen Menschen konfrontiert werden. Also, du befindest dich in deinen verletzten männlichen und weiblichen Energien, wenn du zum Beispiel einen krassen Leistungsdruck empfindest. Nicht nur einen, der dir von außen gemacht wird, wo du dich vielleicht nicht so gut von abgrenzen kannst, sondern auch Leistungsdruck, den du dir selber machst. Und das ist wirklich was, was ich vor allem in meiner Selbstständigkeit ganz, ganz doll merke, weil ich ganz oft Projekte plane, wo ich mir selber den Termin setze und dann so streng zu mir selber bin, dass ich diesen Termin unbedingt einhalten muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist ja aber so das Groteske, weil ich bin ja selbstständig, um mir selber die Dinge auch einteilen zu können, vor allem auch Termine. Und sich da einfach auch den Raum selbst zu geben und zu sagen, halt Stopp. Mal vielleicht raus zu zoomen in die Vogelperspektive und zu sehen, boah, ich mache mir gerade selber hier so einen krassen Druck, der eigentlich gar nicht sein muss. Und das ist auch, das möchte ich auch für andere Themen nutzen oder auf andere Themen übertragen. Beispielsweise, du hast Freunde eingeladen zum Essen und du machst den krassen Druck, dass du erst noch ein richtig cooles Rezept draus suchen musst, was übelst lecker schmeckt. Und ja, du weißt, okay, du stehst da noch eine Stunde in der Küche, um das zu kochen und es soll perfekt werden, weil du vielleicht einen guten Eindruck hinterlassen möchtest oder den anderen einfach was Gutes tun möchtest. Und am Ende wird es aber vielleicht sogar ausreichen, beim Inner um die Ecke was zum Essen zu kaufen, ohne dass ich das jetzt immer gesundheitlich total super finde oder selbst so machen würde. Aber es ist ja nur mal ein Beispiel, dass wir uns in unserem Alltag so oft unter Druck setzen. so oft und wir das meistens gar nicht hinterfragen, weil wir es als so selbstverständlich und zwingend erforderlich halten. Und ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, der dann natürlich oft in Stress ausartet und dem Gefühl, ich muss jetzt hier alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Was damit oft einhergeht, ist natürlich auch ein gewisser Kontrollzwang, weil wir gerne die Fäden in unserer Hand behalten wollen. Und wenn mal irgendwas nicht so klappt, was wir uns anders vorgestellt haben, dann kann das manchmal echt frustrierend sein. Und aber auch da eine gewisse Leichtigkeit ins Leben zurückzuholen und sich dem Leben einfach mal hinzugeben und zu vertrauen und zu wissen, okay, ich kann nicht immer alles kontrollieren, auch wenn ich das gern möchte, aber Kontrolle ist verletzte weibliche Energie, verletzte männliche Energie. Wie gesagt, ich möchte es nicht so krass unterteilen. Genau. Was auch sein kann, ist, dass du dich in einem krassen Sicherheitsbedürfnis befindest, vielleicht auch ein gewisser Zwang, bestimmte Dinge auch tun zu müssen oder auch da Glaubenssätze, ich muss das jetzt tun, damit ich mich innerlich eigentlich anerkannt und wertgeschätzt fühle. Wenn du sehr stark an Schmerz, Schuld, Scham, solcher Sachen festhältst, kann es sein, dass du dich in verletzten Energien befindest. Und aber auch, wenn du vor allem keine Eigenverantwortung übernimmst. Also wenn du oftmals in wirklich so eine Art Opferrolle, Opfermodus verfällst, wo du, wenn dir mal im Außen irgendwas wieder fährt, was du vielleicht auch nicht unter Kontrolle hast oder wo du, wo vielleicht erstmal ein paar, ich sag jetzt einfach mal, ich bewährte es einfach mal so negative Emotionen hochkommen, dass du es nicht mehr schaffst, dich dem einfach hinzugeben und darauf zu vertrauen, dass alles wirklich gut so ist, wie es kommt. Sondern, dass du, wie gesagt, da die Kontrolle behalten möchtest und dich vielleicht als Opfer siehst, auch im Leid gefangen bleibst. Also nicht wieder in den Schöpfermodus kommst und dich mit deinem höheren Selbst vielleicht auch verbindest, was, ja, wie gesagt, auch eine gewisse Leichtigkeit fürs Leben vermittelt, sondern dass du vielleicht auch oft über dein Leben klagst, so wie es gerade ist. Es kann auch sein, dass du oftmals den Drang hast, alles alleine machen zu wollen, dass es dir super schwer fällt, auch mal Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen, weil du es anderen einfach super gerne recht machen möchtest. Weil du natürlich auch Angst hast vor Ablehnung und vor Zurückweisung und das ist auch absolut menschlich, weil wir alle wollen dazugehören, wir alle wollen geliebt werden und Grenzen ziehen und für sich selbst einstehen bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir eben nicht mehr Everybody's Darling sind, sondern das bedeutet, dass wir aus unserem Herzen heraus für uns losgehen, für unsere Vision und für uns einstehen und vor allem Integrität auch zeigen, dass wir das krasse Bewusstsein und den festen Glauben haben, dass das, was wir sagen und nach draußen bringen, auch der eigenen Wahrheit entspricht. Ja, und was wir Frauen natürlich auch öfters mal spüren, ist ein Konkurrenzdenken oder das Vergleichen mit anderen, manchmal auch Neid. und das ist für mich zum Beispiel auch ganz stark verletzte weibliche Energie. Wir haben es verlernt, in einer Gemeinschaft unter Frauen Liebe zu schenken und vor allem auch zu vertrauen, uns mal fallen zu lassen in die Arme von anderen Frauen, weil wir so in unserer Gesellschaft dazu getrimmt wurden, wie gesagt, ständig zu leisten und höher, schneller, weiter, immer besser zu sein als die anderen. Immer Dinge, immer mehr Dinge auch zu verbessern, um sich selbst vielleicht damit auch in dem Sinne einen Gefallen zu tun, dass man sich selbst auch mehr Anerkennung schenkt und damit vielleicht auch die Anerkennung im Außen bekommt. Und ja, das sind so ein paar Punkte, an denen du erkennst, vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen wiedergefunden. Ich selbst habe auch noch viele Dinge, die immer mal wieder hochkommen, wo ich merke, aha, Sophie, alles klar, da darfst du auch noch mal an dir arbeiten. Und wie gesagt, das wird meistens ausgelöst durch Konflikte, durch Herausforderungen, die kommen, wo das Leben dich einfach testet. Wie standhaft bist du gerade eigentlich? Ja, wo wollen wir hin? Was würde ich mir für unsere Gesellschaft wünschen? ich habe vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, was auch die Telegram-Woche für eine Absicht hat. Ich glaube und ich beziehe das jetzt wirklich mal nur auf uns Frauen, weil ich da einfach noch mehr aus meinem Gefühl heraussprechen kann. Ich wünsche mir eine Welt, in der jede Frau ihr volles Potenzial und ihr wahres Sein erkennt, in der jede Frau sich dessen bewusst ist, dass es nicht gegen sie ist, wenn sie für sich selbst einsteht, sondern eine Welt, in der jede Frau weiß, dass sie sich selbst genug ist, ohne die Anerkennung im Außen irgendwie bekommen zu müssen, sei es durch den Partner oder Freunde, Familie etc. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir Frauen die Kontrolle abgeben, in der wir uns wieder komplett dem Leben hingeben können, ohne in die Ohnmacht zu fallen, also dass wir uns dem Leben hingeben und dem Vertrauen können und auch mal loslassen können, weil wir vielleicht auch gewisse Themen den Männern an unserer Seite überlassen, die für uns entsprechend den Raum halten, damit wir uns in unserer Weiblichkeit komplett entfalten können und aber gleichsam wir von unserer Kontrolle wirklich loslassen und wissen alles was in unser Leben kommt ist immer für uns und aber gleichzeitig diese zum einen diese wirklich liebevolle Ader immer für uns behalten, dass wir Liebe schenken und mit Liebe nach draußen gehen, um eben auch noch mehr Liebe in unser Leben zu ziehen, aber dass wir gleichzeitig trotzdem ins Handeln kommen, dass wir nicht in die Resignation gehen und sagen ich möchte es nur nach Leichtigkeit und Hingabe und lass einfach das Leben komplett fließen, sondern dass wir auch in unseren Körper zurückkommen, dass wir uns wieder richtig fühlen, dass wir uns mit unserem Körper verbinden und Emotionen fließen lassen und uns aber dann nicht im Leiden verharren bleiben, sondern wieder in unseren Schöpfer-Modus reintreten, unsere innere Göttin, unsere innere Kriegerin zum Vorschein bringen, weil die steckt in uns allen und für die Männer in euch steckt auch euer innerer Krieger zu jeder Zeit. Wir dürfen genau diese Archetypen zu jeder Zeit rauskramen. Wir haben alles in uns und ich weiß, dass es schwer ist, darauf zuzugreifen, wenn wir gerade schwierige Lebensphasen durchmachen und es ist auch in Ordnung, wenn wir dann nicht direkt irgendwie unser Mindset shiften können und direkt wieder in den Schöpfer-Modus kommen. Es ist auch in Ordnung mal und wenn nicht sogar total wichtig, mal die Dinge durchzufühlen und vor allem aber anzunehmen und sich dann wie gesagt nicht im Leiden zu verfangen, sondern wieder in die eigene Kraft zu kommen und wirklich zu wissen, ich bin hier auf dieser Welt für einen höheren Sinn und Zweck und ich gehe jetzt verdammt nochmal dafür los. Ja, das ist meine Rede über die männlichen und weiblichen Energien. Ich denke, ich werde in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen ausführlicher auf das ganze Thema eingehen, in kleine Unterthemen eintauchen, weil zum Beispiel das Thema mit dem weiblichen Zyklus im Einklang zu leben. I love it. Wirklich. Und was da für ein Potenzial und für eine Macht dahinter steckt, ist wirklich unfassbar. Und ja, deswegen möchte ich nochmal sagen, ich lade dich herzlich ein, ab dem 26. 2. bei der Goddess Week dabei zu sein, für nur 22 Euro, bei der du wirklich einfach deiner inneren Göttin wieder begegnen darfst und in deine eigene Schöpferkraft zurückkommst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade für eine Uhrzeit bei dir ist und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Wenn du noch mehr in diese Themen eintauchen möchtest, dann findest du unsere Social-Media-Kanäle in den Shownotes. Genieße den Tag bis zum nächsten Mal bei Gesetze der Fülle.